Musik Humor, meine Damen und Herren, ist in Frauenhand, zumindest hier heute bei uns, bei Steiermark 1, bei unserem Stadtgespräch. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren, Sie dürfen sich freuen, denn heute wird es sicherlich lustig. Zwei Damen, die für den Humor stehen, das ist zum einen die Marion Petric, herzlich willkommen, freue mich, dass du da bist. Und unser Gast aus Vorarlberg, die aber auch in der Steiermark viel zu Gange ist, die Barbara Baldini, herzlich willkommen, freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Ja, mich, ja. Ja, Marion. Ja. Gregor, musst du jetzt sagen. Gregor, auch klar, ich weiß nicht, spontan. Okay, nochmal. Also Marion, du bist ja so vieles, du bist Sängerin, du bist Tänzerin, du bist Comedian, Kabarettistin. War das irgendwie eine Notwendigkeit, der Marion Petric diese Laufbahn einzuschlagen oder anders gefragt? Hat sie auch was Anständiges gelernt? Hat sie nicht. Hat sie nicht. Es ist einfach mein Auftrag mit Humor, daher werde ich ja diesem Thema hier super gerecht, einfach auf die Menschen zuzugehen oder einfach in Form einer humoristischen Verpackung Information, die auch durchgehend tiefgründig sein darf, auf die Menschen zugelassen zu werden. Das heißt... Mit viel Musik und mit dem Klang, der das wichtig ist. Das heißt, du gehörst auch in jene Kategorie, die eine Botschaft haben, die du dann aber verpackst in deinen Humor. Ja, jetzt nicht primär, das ergibt sich einfach bei Doing oder beim Kreieren von Texten oder Musikstücken. Es ist immer etwas dabei, das eine Basis haben muss, damit du da aufbauen kannst, um lustig zu sein. Wir werden ja noch über deine Programme und über dein laufendes Programm reden, aber was sind das Bebotschaften? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, da muss ich meinen Finger reindrücken oder ist es einfach so Tagessituationen im Leben, die du kommentierst auf deine Art und Weise? Also grundsätzlich ist es einfach so, rauszugehen mit dem, was dich bewegt. Jetzt gibt es so wenig Frauen noch, die den Mut haben, rauszugehen und wenn, dann in welcher Form, in Form von Büchern, wissen wir das ja. Aber wenn du das jetzt in Form von mit dem Klang machen kannst, also für mich ist alles Musik auch, alles ist eben Schwingung, dann ist das einfach ein ganz schöner Auftrag per se schon über die Musik Worte drüber spielen zu lassen. Und es bleibt, wenn du hier 200 Leute hast, bei jedem Einzelnen von diesen 200 etwas anderes hängen. Und das, was der mitnimmt, dann ist der Auftrag somit erfüllt für mich. Also es ist nicht irgendein Klimbim, sondern es ist meine Persönlichkeit, die ich da auch mit liefere. Und das ist der Auftrag. Also ich habe nichts anderes gelernt. Das ist ja keine Schande, Marius, du machst ja tolle Sachen. Vor allem bekannt natürlich, für was du auch stehst, sind natürlich deine Stimmenimitationen. Eine ganz tolle Geschichte mit den Jungs von Ö3, warst du ja lange zugange. Jetzt auf Solopfaden, war auch das ein Muss, dass die Marion Petrisch gesagt hat, na, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Ja, weil irgendwann ist ein Programm abgespielt. Wir haben ja mit den Comedy-Hirten bis 2007 wirklich ganz Österreich abgespielt. Vor 300.000 Zuschauern und über 300 Auftritte, irgendwann einmal fehlt irgendwas. Und wenn das lang klopft, und das war eben das Singen, das war rein parodistisch, dieses Programm. Ich komme aus der Musik und ich habe mir gedacht, ich habe zuerst ein Gala-Programm mal kreiert, 45 Minuten. Und um eben in die Öffentlichkeit zu gehen, brauchst du zweimal 45 mindestens, dass du öffentlich spielen kannst. Also musste ich noch ein zweiter Teil her, dann sind eben die Autoren dazugekommen. Und dann habe ich eben das erste Stück gespielt, 2007 bis jetzt eigentlich schon, also fast fünf Jahre. Ladies on the Line, wo schon ganz viele Promis vorgekommen sind. Und jetzt eben war die Premiere vor 14 Tagen mit der Froschkönigin. Und das ist jetzt mein zweites Solo. Über das reden wir noch gesendet. Aber eins möchte ich vielleicht noch klären zu Beginn, die Sache mit der Stimmenimitation. Und wie leicht, wie schwer ist das? Wie ist das dazu gekommen, dass die Marion Petritsch gekannt hat? Schau mal, Ingrid Turnherr, legendär von der Marion Petritsch und Vera Ruswurm. Wir kennen das alle und lieben das alle. Dass man dann irgendwie das entdeckt, schaut, das kann ich. Das kommt schon von früher aus der Kindheit, wenn du beginnst, Dinge nachzuerzählen und die dann in die direkte Rede verpackst und dann auch die Stimme und auch die Auffälligkeiten der Sprache dieser Person mit darin verpackst und damit Applaus erntest. Merkst du, dass du da irgendwas Besonderes machst? Für mich war das ganz normal, das so zu erzählen, wie diese Tante das eben gerade erzählt hat mit ihren Auffälligkeiten. So ist das dann über die ganze Schulzeit gegangen und Lehrer parodiert und Direktor parodiert. Also richtig klassisch. Ja, also es gibt schon welche, die nicht leicht gehen. Also das fühle ich sofort, entweder es geht sofort, sonst lasse ich es. Also ich bin auch faul. Also was leicht geht, ich bin so ein Kind des geringsten Widerstandes. Ja, obwohl ehrgeizig, aber es ist alles leicht. Es sind einfach unsere Gedanken, wo wir uns einbilden. Das ist schwer. Wenn ich mit diesem Glaubenssatz hierhin streue, wird es natürlich genauso geliefert, weil ich ja stets Schöpfer meiner Gedanken bin. Das nur nebenbei. Ja, wunderschön gesagt. Barbara Baldini, ich freue mich, dass Sie Zeit hat, dass Sie jetzt, Sie ist ja jetzt in Steiermark unterwegs, gerade mit Ihrem Programm. Wir haben ein bisschen was gehört, wie die Marion Petritz dikt, wie ihr Zugang zu ihrem Thema und zum Thema Humor ist. Wie schaut es denn da im Ländle aus? Für uns in der Steiermark doch fern vor Adelberg rüber. Was lacht man denn in vor Adelberg? Ja, über dasselbe wie in der Steiermark. Tatsächlich? Ja, auf jeden Fall, wir sind Österreicher. Aber was ich da dazu sagen will, ich finde es super, dass sie singt. Meine Kinder haben gesagt, Mami, du darfst alles machen, du kannst die ausziehen auf der Bühne. Aber bitte nicht singen. Weil? Na, ich kann nicht singen. Wer sagt das? Das ist mir leid, das weiß ich, Gregor, bitte verlang jetzt keine Stichprobe. Na, finde ich ganz toll. Also wenn man singen kann, finde ich genial. Zu meiner Geschichte, das war ja ein reiner Zufall. Ich habe ja in Wirklichkeit eine Praxis für Sexualfragen und Sexualstörungen. Ich habe ein Tantra-Institut dabei und ein Berührungsinstitut für Menschen mit Behinderung und für Menschen im Altersheim. Und bin ja zusätzlich auch nur Buddhistin, also ich schaue ja immer, dass ich das, was ich mache, zum Wohle der Wesen mache. Und dann wollte ich natürlich einen ordentlichen Fachvortrag schreiben zum Thema Sex und Partnerschaft. Nehme ich Ihnen eben ganz ernst drauf. Ja, gerade mega, ganz ernst drauf. Und dann nach dem dritten Mal, da habe ich dann noch selber die Plakate aufgehängt, sagt der Frau zu mir, Ah, ich habe gehört vom Kabarett. Und da war ich natürlich ganz geschockt, weil die haben ja gedacht, um Gottes willen, das ist kein Kabarett. Aber es ist natürlich ein fröhlicher Fachvortrag. Das heißt, das ist dir passiert, dass du in die Kabarett-Schiene gekommen bist? Das ist mir passiert, ja. Und dann kamen meine Kinder dazu, die durften das ja lange nicht sehen. Und die sind ja schon groß. Und die haben mich dann auf der Bühne gesehen, haben gesagt, Mutter, Tier, so brav haben wir die aber noch nie gesehen. Mami, Mami, was ist los mit dir? Tief blicken lässt es, ja. Mutter, haben sie gesagt, nichts Oral, nichts Porno, nichts Sexspielzeug. Mami, was ist los mit dir zu Hause? Du bist ja auch immer so frech, ja. Also, wir werden ja auch über dein Programm, Sex ist ein großes Thema bei der Barbara Baldini. Ja, bei jedem. Naja, aber nicht auf der Bühne, weiß Gott, nicht auf der Bühne, Barbara. Barbara Baldinis Welt liest man ja, was ist die Welt der Barbara Baldini? Ist es das oder ist es noch mehr? Nein, natürlich ist es mehr. Also in erster Linie ist bei mir die Spiritualität. Das ist mir das Wichtigste. Ja, dass natürlich Sex genauso wichtig ist wie Spiritualität. Das ist für mich dasselbe. Und ich habe mir ja, ich habe ja früher Kurse gemacht für arbeitslose Menschen und Manager. Was hast du denen beigebracht, sag mal? Ja, Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktmanagement und so eine Geschichtenteamentwicklung. Und dann war ich schwanger bei meiner Nachzüglerin. Dann habe ich mir gedacht, an was kommt der Mensch nicht vorbei? Und es gibt nur zwei Themen. Das eine ist Sterben und das andere ist Sex. Und damals fiel das Monopol für die Bestattung. Und dann haben wir gedacht, ich mache ein Bestattungseventmanagement. So weiße Limousinen, Just Buried mit Dosen hintendran und so. Und dann haben wir gedacht, ich würde gerne ein Bestattungseventmarketing machen. Und dann haben wir gedacht, aber Sex ist ja auch spannend. Gut, und dann habe ich mich halt für Sex entschieden. Was gut war, weil das betrifft auch jeden. Das hören wir uns ja noch an. Aber wie gesagt, Barbara Balginis Welt ist eine große Welt, wie mir scheint. Und mit vielen Ideen. Kommen wir zu den Programmen der Marion Petrisch. Du hast ja schon gesagt, Ladies on the Line ist ja höchst erfolgreich gelaufen. Jetzt gerade am Programm, das neue, die Froschkönigin. Zweimal schon vor ausverkauftem Haus gespielt. Dritter Termin steht an, wollen wir gerne mal transportieren. Ist wann? Mittwoch, 28. November, 19.30 Uhr, Casineum, Casino Graz. Haben wir das? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also, sag uns, erzähl uns doch, was ist denn da Sache bei der Froschkönigin? Was ist der Zugang? Wieso die Froschkönigin? Wieso dieser Titel? Was hat der geneigte Zuschauer dazu erlebt? Der Froschkönig wäre eine Ihre Führung, dass die Leute mit ihren Kindern kommen und glauben, sie kommen jetzt in ein Märchen. Ich wollte den weiblichen Titel einfach, um wieder diese Kraft der Weiblichkeit hier schon mal im Titel drinnen zu haben, dass wir alle Könige und Königinnen sind, vor allem jetzt in Tagen wie diesen auch diese Transformation aller weiblichen in allen Ebenen Dinge rauszuheben und einfach explizit auch darzustellen. Das ist jetzt weder, es ist einfach der Titel, es kommen natürlich die Promis, die wir alle kennen von Vera Rusvorm. Also das ist ein zentrales Element, ja? Ich meine, ich frage so, ich habe sie schon gesehen, meine Damen und Herren. Es ist wunderbar, es ist wunderbar, aber ich lasse mir es gerne nochmal erzählen, weil ich habe vielleicht was nicht verstanden. Promis im Märchenland, also da ist einfach die Fiona Swarovski und steht einfach vom Zauberspiegel und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann kommt halt die Antwort, Karl-Heinz ist die Schönste und solche Geschichten. Die kommen natürlich vor, weil das ist einfach etwas, was ich konkurrenzlos jetzt als Frau in Österreich kann und auch stolz darauf bin, dass ich die alle auftreten lasse, weil sie einfach ihre verschiedenen Rollen dort haben. Viel Musik kommt vor, weil da möchte ich einfach auch mit der Kugel, die ja nichts anderes setzt. Für mich bedeutet die goldene Kugel unsere neue Erde, wie wir sie jetzt definieren. Es gibt weder einen Weltuntergang, sonst irgendein Geschmarri, aber es geht einfach eine Denkensweise unter. Und das ist längst passiert, das fädelt sich ja längst schon, eigentlich seit dem Wassermann-Zeitalter, also zu einem Jahren ein, dass immer Stück für Stück, es gibt immer ein Sterben und ein Werden. Und du hast auch jetzt überlegt, das Werden, also die Geschichte Sex oder die Geschichte mit der Limousine, mit dem Gestorbenen, und es ist einfach alles in Bewegung, weil hier steckt der Weg drinnen. Und sonst würde alles stagnieren. Es ist alles in Schwingung, ob du es jetzt verkörpert siehst oder ob du es jetzt unverkörpert wahrnimmst. Das ist mir einfach wichtig, es kommt was rüber. Und vor allem mit dem Gesang und mit dem Klang, der kommt immer aus dem Herzen. Und so verschroben oder verwurschtelt oder vergestresst, kann der unten gar nicht in der ersten Reihe zuerst einmal sitzen und schauen wir einmal, dass er nicht beim ersten Song seine Körperattitüde ändert. Und das spüre ich, ich meine, ich schaue den jetzt nicht an, weil ich habe ja zu tun mit dem, was ich mache, aber ich spüre Erleichterung. Es tut sich was. Ich bring Freude rein in einen Haufen Teilweise, der wirklich... Entschuldige, aber ich muss einmal da einhaken. Du hast da ordentlich Tiefgang, hört man. Jetzt ist natürlich die Sache die, dass du das ja wirklich toll machst und es ja wirklich sehr, sehr lustig ist. Inwieweit würde dich das dann stören, dass man sagt, die Marion Pettisch, das war wirklich lustig, aber der Tiefgang ist nicht so tief gekommen. Der Erleuchtung ist egal, wie du sie erreichst. Also du lachst, lachst du jetzt, weil du verstehst, dass sich mit einem gewissen Song etwas ganz bestimmt ist oder mit einem Modul, wo es auch um die Erde geht, die zu Gast ist in einer Talkshow. Die Erde, meine Damen und Herren, die Erde ist zu Gast in einer Talkshow. Und die spricht von der Außenstelle und wir sind, also diese Abstrusität, gibt es dieses Wort überhaupt? So schneiden wir es aus. Wir verstehen es, wir verstehen es, wir verstehen es. Ja, das ist einfach, wenn du jetzt etwas spürst, ist was damit gesagt, ist das okay, wenn dein Bewusstsein so ist. Wenn du einfach lachst, weil es witzig ist oder du das einfach, die Parodien, da kommen ja fünf Leute vor dich spielen in dieser Talkshow, ist das auch okay, ich möchte Freude vermitteln. Und die Leute sind bei dir. Die Frage, die sich jetzt zum Schluss noch stellt, oder ich weiß nicht, ob man es verraten darf, der Froschkönig, da wird ja was an die Wand geklatscht, gibt es dann einen Prinz? Ja, wunderbar. Also, mehr wollen wir nicht verraten, mehr wollen wir nicht verraten. Barbara Baldin ist wählt Sex, haben wir schon gehört. Und Erotik. Und Erotik. Wie ist denn da der Tiefgang der Barbara Baldin, dass wir das jetzt einmal konkret machen? Jetzt wissen wir, das ist dein Thema, wir wissen, es ist dir quasi passiert, dass es plötzlich auf der Kabarettbühne gelandet ist. Aber du hast sicherlich auch Tiefgang und hast eine Botschaft dahinter, die da wäre. Ja, das ist ja auch das Wichtigste. Und das ist ja auch der Grund, warum ich es überhaupt mache, weil ich diese Praxis hatte sieben Jahre und draufgekommen bin, die Menschen haben keine Ahnung. Von Sex? Nein, auch von Beziehungen, von Beziehungen. Die glauben noch, die gehören sich und man hat keinen Freiraum, man kann SMS lesen. Ja, in dem ersten Teil, da geht es eher darum, wie man eine Beziehung gut leben kann. Und im zweiten geht es um diese ganzen Mythen. Also, wo ist der Gehpunkt der Frau? Hat die überhaupt einen? Das sind diese Irrtümer von der Natur. Haben denn nur die Gabis, den Gehpunkt, die Gerdas, haben Männer auch einen Gehpunkt. Warum sollen die Männer Hand anlegen, weil es gesund ist und Prostatakrebs vorbeugt? Tatsache, ja. Ist so, ja. Und haben Männer einen Gehpunkt? Ja, natürlich haben die Männer einen Gehpunkt, aber das erzähle ich bei der Hardcore. Da habe ich meine Therapeutenpuppe dabei, die heißt Analbella. Und die macht das dann früh. Ich mache das nicht, aber Annabella kann das gut. Und da kommt natürlich auch vor, dass die Männer sehr gerne diese Erotikfilme anschauen im Fernsehen. Und die glauben echt, das ist echt. Die Frauen wollen das dann so, aber das wollen die natürlich nicht. Also du machst auch ein bisschen Aufklärungsarbeit für die Frauen. A bis Z und wozu eine Salatgurke gut ist. Und die ist nämlich wirklich nicht nur fürs Gesicht gut, sondern auch für eine wunderbare Muschiflora. Darf man das laut sagen? Bei uns gibt es keine. Bei Steiermark 1 ist grot und ehrlich, meine Zuschauer halten das aus. Also das ist wunderbar. Eine wunderbare Vaginalflora. Ja, und also die lernen echt viel. Und wo ist der A-Punkt der Frau? Der A-Punkt der Frau, den gibt es auch. Den hat ein Japaner entdeckt vor ungefähr elf Jahren. Der war zwar immer schon da, aber gefunden hat man erst vor elf Jahren. Und dass wir Frauen eben beim Akt so gut wie keinen Orgasmus kriegen, muss man mal auch sagen. Das glauben mir die Männer aber nicht. Aber es ist doch offenbar so, dass kein Thema, wo es so viel zu sagen gibt, sich offenbar besser transportieren lässt mit Humor und Spaß. Und die Leute sich erkennen logischerweise unten. Sagen, ich glaub drüber, es geht mir genauso. Wie sind denn die Reaktionen der Leute, die dann kommen und sagen, Barbara Baldini war sehr lustig. Und gibt es auch welche, die sagen, hätte ich nicht gewusst oder danke für den Hinweis? Ja, ja, das gibt es ständig. Also die sagen immer zwei Stunden Therapie, ohne dass man es merkt. Die haben so viel gelernt. Und auch im zweiten Programm lernen die natürlich viel, obwohl das mehr Kabarett ist. Im ersten ist man mit sich selber beschäftigt, zwei Stunden lang. Da denkt man ständig, oh mein Gott, das kenne ich. Oh, na, wieso sagt sie das? Das hätte sie jetzt aber nicht sagen sollen. Das war ja das Geheimnis unter uns. Ja, es wird ja sonst nicht so viel gelogen wie da, nicht? Ja, ja, eben genau. Und, aber alle sagen, sie haben was gelernt bei eins und zwei. Und das ist ja auch mein Markenzeichen. Also das dritte Programm wird heißen Baldini kommt. Und es steht natürlich für Sexaufklärung und Spaß. Also das ist mein... Apropos Spaß, wird auch, ist es tatsächlich so, dass gerade bei diesem Thema, dass es auch uhuhuhu heikl ist, auch zu wenig gelacht wird in der Beziehung? Es ist ja immer so ein bisschen stressbehaftet. Ja, das ist ein Punkt meiner sieben Beziehungspunkte. Habt es dann Spaß miteinander, macht es richtig fetten Blödsinn. Woran erkennt man es, dass eine Beziehung funktioniert oder nicht? Wenn die nicht mehr lachen, dann ist es vorbei. Also die sollen einfach Spaß haben. Wenn dann sich unterhalten lassen von der Marion, wenn sie schon gemeinsam nichts zum Lachen haben, wenn sie nicht irgendwo hingehen, wo sie lachen können gemeinsam. Also das sage ich auch ein Kriterium, woran man erkennt, dass eine Beziehung funktioniert. Also da haben wir jetzt die Neugierde geweckt. Die Barbara Baldini ist ja auch in der kommenden Zeit in der Steiermark unterwegs. Vielleicht magst du mal sagen, wann, wo man Barbara Baldini erleben kann? Ja, am Montag schon. Was ist das für ein Fünfter, Elfter im Casinium um halb acht. Eine gute Stätte. Da spiele ich allerdings Hardcore. Das ist das schärfere Programm, muss ich immer vorwarnen, die Leute. Da steige ich schon mit einem Sexspielzeug ein. Ach du lieber Gott. Ja, das blinkt so hoch. Wann beginnt das, halb sieben? Um halb acht. Um halb acht. Und am nächsten Tag in der Oben auch Hardcore. Und alle weiteren Termine unter www.baldini.com. Also bitte, bitte da mal, bitte mal nachfragen. Sex eigentlich, ich meine, bei der Marion Petric im Programm irgendein Thema. Wäre das, wo du sagst, das ist ein Thema, das ich angehe? Und passt jetzt irgendwie, weil ich doch aus dem Comedy-Genre jetzt, diese Botschaft, die du jetzt hast, nicht primär transportieren möchte. Es ist eher die leichte Kost. Also ich habe immer versucht, gerade die Dinge unter der Gürtellinie zu lassen, um hier jetzt nicht anzuecken, weil ich ja jetzt, du spielst dich ja in Person und erklärst. Und ich habe, ja, ich meine, da war Verlampras, irgendwas spricht über Sex, kannst du ihm natürlich irgendwas einbauen. Aber es ist jetzt nicht, mein Programm ist jetzt nicht so aufgebaut, aber es ist ganz wichtig, dass hier Aufklärung stattfindet. Also ich schaue mir dein Programm sicher an. Also Frauenpower pur. Jetzt sind wir ja schon leider in der Endkurve. Es wäre jetzt erst richtig spannend geworden mit euch, meine Damen. Froschkönigin läuft gerade. Gibt es da schon Gedanken, was schon das nächste sein wird? Die Projekte der Mario und Petric, oder ist das jetzt noch zu früh? Weil das Programm ist ja noch sehr jungfräulich, muss man ja sagen. Es ist grundsätzlich zu früh, weil ich bin so ein Jetzt-Mensch, dass ich denen nicht einmal sage, was ich morgen Mittag mache, nicht mache, weil es ist einfach noch illusionär für mich. Es ist einfach jetzt so, dass wir hier sprechen. Man weiß grundsätzlich mittelfristig. Ich habe auch nach dem ersten Programm gesagt, ich mache nie mehr ein weiteres Programm. Es ist ja viel Arbeit. Jetzt bin ich eine ganz pitzelige Jungfrau, noch dazu mit einem Steinbock am Aszendenten. Also da ist wirklich die Latte hoch. Die du dir selber stellst. Und das ist einfach, ich bin einfach, dass alles so ist, dass ich zufrieden bin. Es braucht einfach lang, aber dann bin ich total glücklich. Und dann gab es jetzt doch ein neues Programm jetzt. Ich weiß es noch nicht, aber ich spiele das jetzt einmal mindestens zwei, drei Jahre, solange es die Leute sehen wollen, geht es mal auf Österreich-Tour. Also ich glaube, dass sich dann über die Jahreswende jetzt viele neue Dinge noch reinfügen werden, wo das Bewusstsein einfach noch nicht so war, dass wir Mut haben hinzuschauen. Und dann gibt es sicher wieder viel zu verbreiten. Das heißt, das Programm der Maren Pettisch ist eigentlich ein dynamisches. Es zollt sich jetzt aus, also in zwei Jahren sich nochmal anzuschauen. Da hat sich sicherlich schon wieder einiges getan. Ja, also die Aktualität soll schon auch beibehalten werden, weil du ja auch Dinge, die jetzt da jetzt passieren, ob das jetzt diese Heinzel-Sido-Watschen, das musst einbauen. Oder als ich Premiere hatte, war gerade der Stratosprung und natürlich in meinem Modul der Erde muss der, die Leute freuen sich auch, wenn du da, das ist einfach auch wichtig, Aktualität, es ist ja viel Zeitloses dabei, aber das ist einfach möglich auch, weil ich auch Schlagzeilen dabei habe und neue Meldungen und die kann man natürlich auch rauslassen. Also wir sind gespannt, toi toi toi, weiterhin. Barbara Baldini, wer die Barbara Baldini in kleineren Dosen haben will, wenn man das überhaupt so sagen darf, der kann auch ihre Bücher oder ein Buch lesen und jetzt kommt das zweite. Das erste war Schlampe, besser Schlampe als gar kein Sex. Damit will sie uns was sagen, die Barbara Baldini? Naja, man soll sich das trauen. Mir schreibt eine 80-jährige Osttiroler Bäuerin vom Bergbauernhof, danke Frau Baldini für das Buch, endlich traue ich mir schmutzige Gedanken haben, ohne schlechtem Gewissen. Besser mit 85 als nie, ne? Ja, also besser als nie. Das stimmt. Ja, und jetzt wollen die Leute natürlich wissen, wer ist diese Barbara? War die immer so fröhlich? War die immer so heiß? Also auf der Bühne bin ich halt so brav. Bist du jetzt zu Hause eher so das Hausmütterchen? Nein. Nein. Aber ich putze auch Rotznassen und koche Palatschinken, das mache ich natürlich schon. Aber immer mit Strapsen. Aber immer mit Strapsen. Also immer mit Strümpfen. Also meine Kinder sind das gewohnt. Bei Giesel. Bei Giesel. Ja, und die glauben immer, so die Barbara hat alles im Griff, das ist die Diva, die weiß alles, die ist strahlend. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Nein. Dafür auch Toi Toi Toi. Toi 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 für das Programm hat mich sehr gefreut, meine Damen und Herren. Wir haben ein außerordentlicher Genuss. Wir reden später weiter. Ja, sehr. Wir schalten jetzt unsere Zuschauer weg, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Wir haben Spaß und Lust gemacht auf die beiden Damen, Marion Petric und Barbara Maldini, beziehungsweise auf deren Programme eigentlich. Alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich höre einfach auf. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.